Das Kauflüte darf natürlich auch nicht im neuesten Magazin Zürich geht ausfehlen. Vom Gourmet-Restaurant bis zum Quartierbein, die Macher vom Magazin, sind bei 185 Restaurants fündig worden, wenn es um gutes Essen in der Limmannstadt geht. Zürich geht aus kann auch online bezogen werden. Stichwort gutes Essen. Von welcher Quelle das Restaurant Kauflüte ihren Fisch bezieht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall eine neue und zukunftswesende Alternative. FRESH ist weltweit die erste urbane Salzwasserfischfarm. Das Unternehmen produziert Meeresfisch in grossen Salzwasserpools. Und zwar ohne Zugang zum Meer, in einem geschlossenen Wasserkreislauf. Egal ob Kingfisch, Dorad oder Wolfsbarsch. Die Fische gelangen fangfrisch zu den Kunden. Die kurzen Transportweg und Vermeidung von Flugmeilen sparen Energie. Und hilft den ökologischen Fussabdruck auf ein Minimum zu reduzieren. Wiedere Informationen findet Sie unter www.freshcorporation.com www.freshcorporation.com Untertitelung des ZDF, 2020